Das war eine kleine Entspannungsübung. Ja, ich hab's gar nicht. Oh ne, versteck mich hinter dir. Ich will nicht einen anderen Weg raus. Oh, was? Guck mal, da ist ein ausgehüllter Tausendfüßler. Oha. Magst du Tausendfüßler? Ne. Die finde ich noch ekelhafter wie ich bin. Was sind das hier? Und das so Hautschuppen oder was? Ne, Nussschalen, oder? Ja, irgendwie so. Von Haselnüssen oder so? Das sieht aus wie so eine Zigarre hier. Oh ne. Nee. Du hast leider recht gehabt. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Okay, wir dürfen nirgends so drauf treten, wa? Wahrscheinlich. Ich probier's mal. Ah, wir dürfen nicht rennen. Oh, ist der niedlich. Irgendwie ist der niedlich. Oder? Nein! Nein, ich wollt's nicht. Okay. Okay, krass. Oha. Wir wurden gefressen. Okay. Also, am besten dieses Rote da gar nicht erst berühren. Trotzdem sieht der niedlich aus. Ich hab grad voll Bock auf... Wollen wir auf den Bauch springen? Nein! Nein! Ah, das ist ja mehrere. Ach, das ist ja mehrere. Ach, das ist ja mehrere. Pass auf. Ich bin hier ganz mutig. Pass mal auf hier. Oha. Ah, sind die niedlich. Der niest. Guck mal, der sabbat. Da ist noch ne Kellerassel oder sowas. Alter, hier sind voll viele von den Viechern. Und du nimmst den... Oha. Oh Gott. Spannung. Hier komm ich doch... Oha. man nennt mich die ballerina das war schnell hat mir gefallen fand ich schön maulwürfe ok motorenöl ja ja warum nicht magst du auch so wälder so das ist ja dieses ambiente ich finde das auch voll geil was das eine gewitterwolke oder was wirst du du bist so weich und flauschig ich verstehe jetzt da sind wir sie sicher kann ich jetzt da unter ihnen durch wahrscheinlich und jetzt sag mal nicht dass ich keine weiche haute geschnauft ist das schön wie viel warst du laut oder aber zum glück ging das wohl noch ach das ist ja noch einer eine ganz viele ok ich komme war mal den umweg fühlt sich wohl ja sie doch die stilettos aus ich finde das voll niedlich na du wo bist du ach da warte ich kommst du bis hier bestimmte jawohl ja ja ich ich ja 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 ich Rantelrüben, Rosen, Tampon, ja, und Moos, Tampon, da kann ich mich auch verwandeln, ja. Oh nein! Ich frag mich, was mit der Joy ist, mit dieser ersten Pflanze, ob die uns... Ja, die hat einer eine Waffel. Vielleicht hilft, oder? Nein! Na toll, Schatz mal wieder, dass seine Schuld kommt. Tampon! Hoh! Edmonton! Glaube! Na vid 날 Berat Kork exp freckte konnte 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 nun noch doch mal viele Das ist ein Labyrinth, jo. Die machen alles kaputt. Oh Gott, da ist ja noch mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe! Oh Gott, ich sag, das liegt an deinem Parfüm. Meine Fresse. Provocations für Maulwürfe. Ja, wir sind hier raus, während wir leben. Ach du heilige Scheiße. Oh nein. Oh ja, wir müssen springen. Ja, wir müssen springen. Jawoll! Runter! Runter! Jawoll! Ist das mies. Was ist der mies? Hilfe! Oh, wieso ist der so schnell? Oh Gott. Oh, lass mich vor. Oh! Cody ist zuerst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Paige auf! Oooooh ofa! Oh, Schatz! Weg! Sedel! Weg! Nein! Oh! Oh! Nein! Runter! Bisschen runter! Ja! der volk voll die ninja maulwürfe da war das so ein dritt taxi Sie! Okay. Drei Larven! Oha! Nein! Ja, das ist witzig. Voll angesabbert. Allein du nimmst den Fett. Du musst den herabschauenden Frosch machen. Oha! Ja, das ist ja witzig. Namaste, hat er gesagt. Oh! Jawoll! Äh, warte mal. Das macht richtig Spaß. Du nimmst den Fett. Ja, das war sehr witzig. Das ist ja witzig. Aber wir sind hier, um das Schuss zu finden und zu ziehen. Du siehst, dieses Burt, ist so unbegulter. Wir müssen nicht mehr nehmen. Du wirst nicht mehr nehmen. Oh, hier. Das hier ist der Buddha unter den Fröschen. Oh! 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 Und ... Und ... Hier, das ist der fetteste Frosch unter den Fettfröschen. Oh! Oha! Das ist hier, ähm... Gugl, oder wie der heißt, ne? Lord, äh ... Lord Fettfrosch. der vorschlüssel eigentlich schwimmt kuckuck er weinten ist das vielleicht was manchmal ist ja immer so geheimnis hinter wasser filmen du nimm den Fettsack was mache ich eigentlich ich sag ich bin zu fett kann sein aber du hast ja jedes Pfund genommen ja 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 okay okay warte warum gehst du denn da rüber ich dachte ich muss darüber du musst da hinten den betätigen okay dann geht es noch im Wechsel glaube ich okay jetzt aber schnell spring doch noch vier nein ja weil der Deckel so schnell weg geht oh scheiße okay okay pass auf oh ja hab ich gesehen quach du schaffst das quack quack genau nōh nōh Ohhh oh hier ist die Taxi-Station okay das musst du machen ich nehme wie du nimmst den frosch muss ich den frosch jetzt nehmen warte kurz ist der das okay der ist es auch nicht also müsste das sehr sein okay der auch nicht warte okay Okay, 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 warte. Hau, wir müssen mich konzentrieren, man! Was hast du denn schon wieder für Bilder im Kopf? Weiß ich auch nicht. So, jetzt rüber. Mann, bin ich gut. So, jetzt mach ich. Ach so, du musst ja auch noch hoch, ne? Ja, aber wie? Oh, Moment. Toilettenspülung hier. Äh... Oh! Juhu! Hallo! Hier, jetzt kannst du wieder was kaputt machen. Oh ja! Oh ja! Ich hätte gerne grad dein Gesicht gesehen in dem Moment. Oh ja! Ich kenne mich jetzt super mit so schielenden Blick so, hülle blübe blübe! Ja! Jawohl! Juhu! Ich komme! Guck mal! Das wächst ja alles. Alles Mögliche. Überall wo du läufst wachsen die Blumen. Ja, bei dir auch. Wir sind... Wir sind halt... Wie nennt man das? Den grünen Daumen! Grünenden ist geil. Den grünen Daumen! Wir sind Wachstums... Beschleunigungsassistenten hier. Achso. Irgendwie so. Das ist ne neuer Berufszweig hier. Halt, stopp! Hier hat irgendwas gerade geklingelt. Hier ist doch irgendwo ein Spiel. Hat sich das auf jeden Fall zumindest angehört. Hä? Ja, ich hab mir auch irgendwas gehört. So ein Drrrrm? Oder irgendwie sowas? Ja. Äh... Hast du gehört? Ja, ja. Wie so ein Schlüsselbund oder so. Ja. Hä? Oder ist noch mal da hinten? Ich fahre nochmal genauer hin. Da war er wieder. Warte. Ah, hier drüben. Hier drüben ist er. Okay. Ich komme! Da! Schneckenrennen! Schneckenrennen! Oh, das hab ich voll gespuckt hier. Schneckenrennen! Was machst du denn da? Ja! Ich komme hin! Ich will auch Schneckenrennen! Ich will auch ne Schneckenrennen! Ich will auch ne Schneckenrennen! Und... Ich will auch ne Schneckenrennen! Ich will auch ne Schneckenrennen!